Herzlich Willkommen zu einem neuen Und da geht es auch schon los hier Ah herrlich Ich liebe es Äh Wo kommen die denn her? Oh Kommst du hier Gibt es aber erstmal Guck mal wie fröhlich die da sitzt Die ist glücklich glaube ich Ich glaube Gut der hier ist nicht mehr so ganz so glücklich Gut wir waren ja hier Na klar wir waren ja hier letztes Mal gewesen Ist jetzt schon wieder ein neuer Tag Äh von der Aufnahme her Jetzt muss ich mir mal überlegen Aber die Sachen Kommen ja immer wieder zurück Das ist schon manchmal sehr cool Deswegen Aber bei jemanden der halt so Blutsüchtig ist wie ich Ist das Sehr gefährlich So Oh ja genau Also wir sollen Jetzt hier Na komm Ding 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 Okay manchmal klappt es nicht immer irgendwie Manchmal habe ich so leichte Probleme mit dem richtigen Weil die manchmal zu komisch zuschlagen Halt ne Manchmal holen die aus Und dann sieht man das auch ganz gut Und manchmal schlagen die halt so ganz komisch Da habe ich schon Manchmal Schwierigkeiten das zu sehen Äh Ja wie die halt schlagen halt ne Die muss ich jetzt noch einmal rein Das muss ich jetzt noch mal schnell lügen Komm Schnell 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 Na gut hier war er leider nicht so viel gewesen Egal Gut weg hier So Wir sollen hier runter Und zack Abwärts mit dir Ist hier einer drin Oh hier ist auch alles wieder zurück Äh Echt jetzt der ist Wo ist der hingelandet Ist komplett rausgeflogen oder was Ah da bist du Hallo Oho 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 Oh come on Echt jetzt Ich komme hier nicht rüber Okay hier Genau hier konnte man gar nicht rein Ich habe Für die Leute die das nicht wissen Ich habe einen Öffentlichen Server genommen Das heißt jeder kann bei mir reinkommen Auch ihr könnt reinkommen Wenn ihr wollt Ihr könnt auch gerne Zusammenspielen Wenn ihr wollt Ähm Halt natürlich halt ohne Ähm Wie nennt man es Ähm Gesprochen Also Dass ihr halt in streamen In streamen In streamen genau In let's play nicht hören tut Ähm Also euch wird man nicht in let's play hören So jetzt haben wir es So jetzt haben wir es Und ähm Aber ihr könnt trotzdem gerne dazu stoßen Ihr müsst einfach nur bei mir in Discord reingehen Euer Epic Games Name reinschreiben Und dann connecten wir uns Natürlich die Uhrzeit wäre Sehr praktisch Um zu wissen Wann ihr da Zeit habt Wann ich Zeit hab Und dann können wir gerne Mal paar Runden Spielen Das ist gar kein Problem Ansonsten werden hier halt immer Spontan mal Leute reinkommen Die ähm Die halt Ja Reinkommen halt Genau so Wir müssen mal hier rein Was hab ich eigentlich nur mal hier vor Waffen Wir haben die und die ne Das ist Wahnsinn Waffe Das ist so alles hier Wahnsinn Wo bin ich hier gelandet Hilfe 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 So Ich glaube hier draußen ist sonst nix mehr Wart mal was ist hier in der Ecke Gar nicht Alles klar Dann stürzen wir uns hier rein Hallo Ist hier auch noch Hallo Hallo Ist hier auch noch Hm Skript Okay Ist das etwa ein YouTube Haus Könnte sein Ne Ich war ja leider bisher noch nie in Hollywood gewesen Schade Wer weiß Wer weiß Vielleicht werde ich irgendwann mal in mein Leben nochmal Nochmal Alles klar Vielleicht werde ich ja irgendwann mal in mein Leben mal nach Hollywood kommen Werde ein Star Äh was Nein Also Einfach mal Urlaub machen Schön da Und ne Gegend angucken Ja Ah Sieht da Was passiert mit YouTube Stars Äh Kommst du mal da raus bitte Jo Hi Ja Komm mal raus Was passiert Ah ok Ich bin zu spät Ich wollte mal testen Den zu blocken Was dann passiert Weil der ist ja auf dem Bogen Werden wir auch noch rausfinden Da werden noch genug Gehören Komm Was für ein Lärm hier Können Sie mal bitte aufhören damit Ja Hallo Die Mucki hier Was ist das hier Wo bin ich hier gelandet Äh Ok Was Wie viel Ich dachte schon Da steht Irgendwie Preis oder so 4.000 Irgendwas Gut Wir können jetzt Die aufmachen Aber lassen wir mal zu Hier schön Schön zulassen Hier Die Seite haben wir jetzt Abgeklappert Ne Das heißt noch Bier Nein Ich komm hier nicht rein Was brauchen wir dafür Was Ziegenstall Hauptschlüssel Was Ziegenstall Ist ich das richtig Oder bin ich dämlich Ziegenstall Okay Oh da liegt Fette Beute Oh richtig Fette Beute Aber ich glaube Da kommen wir noch Nicht heran Später aber Mit Sicherheit Man muss halt Die Gegend Später auch noch mal Bisschen abklappern Man findet ja immer mal Orgendwo Schlüssel Dies und jenes Hängt immer davon ab Wie man spielt Halt Wir müssen hier Bei den Typen Aufpassen Die ist sehr schnell Der Renner Krieg dich jetzt hin Hier Schlaf Wo ist der eigentlich hin Ah unten ist der Okay Ne das sollten wir Vielleicht nicht Runter Da Der hier Der ist Ah Wart mal Da ist ein besonderer Ach so sehen die Allzu aus Ziegenstall Was ist denn hier Nur los Wenn ich hier gelande Aua 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 Ist das der Aua 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 Ich will nicht Hier runter Stürzen Wer ist jetzt hier Wer Wer ist hier der Ziegenstall? Die sehen alle so aus. Ziegenstall? Oh, warte mal. Was ist das? Nee, das ist nicht Ziegenstall. Das hier war doch Ziegenstall gewesen, oder? So, habe ich den jetzt? Aua. Oh, stimmt. Oh, stimmt. Oh, shit. Das war natürlich richtig schlau. Ah, erst mal Energy. Energy. Um so ein besseres Herzinfarkt zu bekommen. Nee, Herzinfarkt bekommt man ja eigentlich schon Schlaganfall, glaube ich. So. Das. War das hier gewesen, ja, oder? Oder der hier? Was ist das denn? Das ist Energy. Ja. Haben wir jetzt den Schlüssel, oder, oder, wie, oder was? Der ist hier immer rumgelaufen, hier vorne, ne? Was ist denn das von der Mucke hier? Ich denke mal, gleich kommt hier was. Um die Ecke gesprungen. Das hat mich nicht eben gerade noch in der Tür offen gehabt. Moin. Können Sie mal bitte damit aufhören, ja? Das mag ich nicht. Uuuh. Ich dachte schon, da ist noch ein. Okay, das wiegen, also mit dem richtigen Timing, ist noch ein bisschen schwierig. Das richtige Timing ist wirklich noch ein wenig schwierig. Ähm. Hä? Achso. Ja, gut. Ähm. Alexa. Musik. Geht leider nicht. Hm. Wart mal, wo war die Ziegenstatt? Uua. Alter. Was ist denn das von der Musik auf einmal? Ja. Da oben ist noch eine Anmerlage. Wie man schon sieht, klingt. Ist ja deutlich herum, aber wir gehen gleich mal rein. Weil dann locken wir einige Leute an. Das ist aber gar nicht so schlimm. Zumindest hier ist es noch nicht so schlimm. Ähm. Weil. In dem Spiel geht es ja auch darum, so viele Gegner wie möglich rumzubringen. Aber warte mal, wir gehen gleich runter. Oder auch nicht. Bargeld. Aber sonst ist hier nichts mehr. Warte mal, der Ziegenstall war doch eins über uns gewesen. Fühl ich. Äh. Oh, die ganzen Scheiben hier. Ziegenstall, Hauptschlüssel. Hä? Hä? Der Typ war doch... Bin ich dämlich oder... Oder funktioniert das nicht? Ist das ein Bug? Oder was ist hier los? Da stand doch... Äh. Irgendwie der Name von den Typen. Oder so. Moin. Jetzt sind sie weg. Die Spawn. Wo ist so die Spawn? Aua. Das sollte vielleicht nicht immer passieren. Nachbarn, ne? Haben die denn hier kein Icons zuhause, oder was? Können sie mal bitte hier reinkommen, ja? Ja, kommen sie mal hier rein. Komm. Kommen sie mal hier rein. Ah, komm, jetzt hab ich den Storzball. Jetzt machen wir mal hier was anderes. Ja, komm, schlagen sie mal einmal. Und... Okay, nochmal, dürfen sie. Ja, komm, machen sie. Das ist irgendwie... Tue ich irgendwie falsch hier. Reicht es mir. Wieder ein Schlaf, ein Fall. Bekann. Ja, komm, beruhig dich jetzt nochmal. So schlimm ist es doch nicht. Also, hab ich das eben gerade falsch gelesen, oder? Ne, da stand... Der Typ stand doch was mit... Irgendwas mit diesem Ziegenstall. Hauptschlüssel. Wieso lässt er das nicht droppen? Hab ich irgendwie... Oh, hier ist ja... Tür offen. Oh, und da ist ein Totenkopf. Waaah. Hallo? Ist hier jemand? Ach ja, ich hab so nette Nachbarn hier, ne? Die sind immer so alle so hilfsbereit. Wollen immer einen helfen und kommen immer so vor. Ist schon sehr nett. Hier, die ganze Nachbarschaft. Ich hab da eben gerade noch einen gesehen, oder? Oder hab ich mich getäuscht? Ne. Ja, Party. Uh. Drei mal. Jagdmesser. Nice. Jagdmesser, ich geh mal davon aus, das ist wahrscheinlich sehr schnell, ne? Achso, wir haben's ja. Immer so stellen, dass man immer alle sieht, wenn einer kommt. Ganz wichtig. Hundertdrei hat das. Wow. Wacht mal. Jagdmesser? Ah, das hat aber nix halt. So, bestimmt auch sehr nice. Also, mit den Blocken verstehe ich noch nicht so ganz, muss ich sagen. Wann der richtige, die richtige Timing ist. Hey, what's up, Cody? Hey, what's up? Watch this. Episode number 100. Can you believe it? It's insane. How did we get here? No idea. Ask our Godis. What I actually want to ask our G-Crew is. Have you guys been on that new urban urban thing? What roomer thing? Oh, check this. Braineaters. Yeah, right. Heißt der? Oh, come on, hear me out. So I was at the bar. Oh, ich glaube, da kommen gerade die Zungen. Kann ich mir sagen, dass die Show von dem Ziegenstall heißt oder so. Kann ich mir so sehr gut vorstellen. Bei YouTuber stelle ich mir wirklich einfach alles vor. Aber wir haben den Ziegenstall nicht. Also den Ziegenstall Schlüssel. Das hat ja mega gut geklappt. Hallo? Ist hier jemand? Weil die spawnen dann. In der Ladenlage alles. Ah, was haben wir hier? Stoff. Ja, gut. Das haben ja YouTuber ja meistens immer. Die reichen. Die haben immer Stoff bei sich. Mehr als genug. Dann können sie einen 24er machen. Aber im Moment muss ich sagen, ich finde gerade nichts. Dass mir die Typen, der hier war, ich verstehe es nicht. Da war ein besonderer Charakter gewesen. Und soweit ich in der Beschreibung gelesen habe, mal in dem Tutorial, soll angeblich besonderer Charakter die Schlüssel haben. Oder Keykarten und so ein Karten. Er hat überhaupt nichts. Er hatte nichts gehabt. Er hat nichts droppen lassen. Vielleicht muss man auch direkt daneben stehen. Aber das wäre ja blöd, dann wäre ja der Schlüssel weg. Oder spawn der Charakter irgendwann mal nochmal irgendwo. Naja, keine Ahnung. Also ich verstehe es noch nicht so ganz. Wenn das einer von euch weiß, kann er ja mir gerne mal in den Kommentar schreiben. Was ich hier verkehrt mache. Oder ist das normal. Oder so. Keine Ahnung. Ich verstehe es einfach nicht so ganz. Oh, ich glaube, es ist jemand zu uns gekommen. Warte mal. Sitzung. Ah ne, wir sind immer noch allein. Ja, dann war das irgendwas anderes. Wer weiß, was das war. Oh, 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 oh. Ja. Nee, was? Holy shit. Bleib mal hoch hier, Alter. Hm, erstmal ein Snickers essen. Willst du auch ein? Dann kommst du erstmal ein bisschen runter wieder. Ah, hier wieder alles looten. Ah stimmt, wir waren ganz noch nicht. Moin. Was geht, Leute? Bitte party hier. Leg dich mal hin hier. Komm, setz dich rein. Okay, hier ist nix. Entsteht einer. Ganz gechillt. Da ist noch einer. Lass mal bitte liegen bleiben. Dankeschön. Alter, für der Billard-Bar. Äh, Bahn. Bar. Bar gibt's natürlich auch. Und Billard. Nee, Bowling. Quatsch. Bowling-Bahn und Billard. So rum. Um auch eine Menge anzusagen. Ist schon sehr nice. Was steht hier? Score. Okay. Da hat einer gecheatet. Das sehe ich sofort. Hallo? Was ist da eigentlich gerade? Ich verstehe das nicht mit dem Timing. Leg dich mal hin. So. Nee, hier ist nix mehr. So ein Teil ist auch sehr nice. Schon sehr, sehr cool, so was zu haben. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder wie gesagt, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Disco. Har?